hey leute und willkommen zur ersten richtigen folge von gta online mit mir dem torben und dem flori hallo flori ja genau und nach jahrelanger ankündigung nach einem halben jahr die erste folge gta online wir starten heute ganz entspannt mit einem kleinen rennen da gibt es auch noch so ein brawler da gibt es ja voll viele wagen da moment hier noch ganz kurz so ganz geschmeidig hier mit einem rennen durch die wildnis ja jetzt lass mich doch mal kurz ausreden einfach so ein chilliges rennen hier ja keine ahnung machen wir einfach macht bereit ne wirklich mal auf mich kommt ich bitte mal einfach und ja leute wir wollten einfach auch ein bisschen reden deswegen haben wir so ein rennen gewählt und nicht so ein mega schnelles sind waffen an nein ist kein gta rennen einfach ganz normal ja und kann man sich hier behindern ja man kann in sich reinfahren und eben so ist es ja nur halb so lustig mit shift kannst du ja nichts machen nein nein das ist nicht wie aber leute ich muss dazu sagen ich hab schon also aber das kann richtig witzig werden ja und leute und wenn habe ich nur ein eine klägeres spieler und einmal wird stehen bleiben für einmal stehen bleiben ich muss er ja ich muss er erstmals leiser machen das ist wichtig weil sonst sind die viel zu laut gesamt laut stärke einfach mal als ob ich die nur so umstellen können das ist hallo gesamt laut stärke wo ich kann die ich muss so laut lassen okay warte warte ich wollte gerade noch um nicht erwartet dann ja ist egal okay passt so wird schon passen hoch Prozent alter jungen johann zu zahlen johann zu ja habe ich gerade so noch und er wir wollen wir sind zählen wird daneben sollten einmal dieses viel cooler wir wollten mal so ein bisschen erzählen was wir in der nächsten Zeit vorhaben und zwar soll gta ein Projekt sein was euch mit einbezieht was uns dann einfach auch viel mehr bock macht und Tobi ausschließt wow ich bin hier voll über den Stein geflogen wir haben vor nicht die ganze Zeit solche Spiegelisten zu spielen oder Rennen zu fahren auch zwischendurch aber ja ey weißt du so ein kleiner Baum hält einen Monster Drucker aufregt wir wollten uns richtig geile Challenges ausdenken und ihr solltet ihr auch mit ausdenken deswegen kommen wir zu dem Punkt wo wir euch mit einbeziehen wollen nämlich einfach in die Kommentare schreiben genau in die Kommentare schreiben was wir so für Challenges machen sollen also einfach in GTA Online im freien Modus da ey wie weit bist du denn vorne ja da kommt ein leichter Teil der Strecke jetzt wird sie ja ich weiß da bin ich gerade jetzt geht sie wieder querfeld ein ey boah wie so ein Graben ach ich find's hier wert ja wie nennt man das wenn alle ah jo ich bin jetzt auch in dieser Schlucht wenn alle Reifen lenken wie nennt man das allreicht oder ne ach quatsch ich wollt grad sagen das ist ja ja eben keine Ahnung wie das genau heißt vierachsige Lenkung ja nein nicht vierachsen zweiachsen ach Gott ja oh nein ich hab mich ganz oben auf der Spitze gedreht alter wie du aufholst ach guck mal ist das hier der Monster was nein nein glaub ich nicht oder doch ist der ich hab nicht auf der Karte nachgeguckt aber der ist ein bisschen klein für Monsche die das oder ach hast recht und wow ja bitte explodiert ich lol das ist ein Monster Truck aber ich hab mich da so oft überschlagen ey ne ich bin da einfach ganz runtergeflogen jetzt steh ich hier einfach falsch ok gib Gas Junge gib Gas ja scheiß Bäume boah ich feier diesen Monster Truck ey Alter ist aber voll schwierig zu machen ich mach das ne der Monschili dat ist der da nebenan oder ja das ist der Monschili dat oh hier muss man links ja geil ja geil ja geil ja spitze in der nächsten Folge wird Flo dann ein bisschen lauter sein jetzt konnte ich das halt grad nicht regeln oh schuldigung ich schrei mal ein bisschen nein das ist vielleicht zu laut dann weil oh god ey ich hoffe das ist echt nicht zu leiser ansonsten wärs nervig ja ansonsten nehmen wir das gleich nochmal auf war toll war Tobi in der letzten Wettmos Folge übrigens auch ja das kann sein passiert halt mal oh das ist Ziel yo gib alles nein als ob du mich jetzt einholst nein lol nein Alter einmal voll überschlagen nein ja holy crap das war nochmal ganz schön knapp am Ende ich hab mich einmal so richtig komisch gedreht ey da hängen wir natürlich noch ein weiteres Rennen hinten dran damit wir damit wir auch äh scheiße ich hab die Wettel verloren ne aber es überhaupt gewettet die wird nicht gewertet es war nur eine du hast du nicht gewettet ich hab nicht gewettet weiler selbst haben wir die wahrscheinlich was ist denn da los dauert das bei dir auch so lange ah danke bin grad jetzt schon bei der Spaß ich weiße doch ja ja ich auch jetzt so gut weiler gebe ich doch ein like Flo hm drück enter ähm welches Rennen nehmen wir ähm also das einzige Landrennen ist ganz unten letzte Ruhestörung oder so oder wir nehmen halt so ein Bootrennen oder was ist denn Strandpromenade ein Fahrrad du musst dich beeilen 17 Sekunden haben wir ja nehmen wir letzte Ruh letzte Ruhestörung ok bin ich ja mal gespannt das sieht nach einem ziemlich cool und reichen und engen Rennen aus ja ja genau so Leute wir sind wieder on board wir sind wieder da wow alter what the fuck es hat richtig geleckt aber jetzt nicht mehr doch nein 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 ich hab so harte lecks ach warum Junge ist das voll ich hab so harte lecks wow alter meine Bremse jucken nö ich bin unten ah es hört sich beruhigt hoffe ich what the fuck wie setzt man sich zurück ich hab keine ahnung wie setzt man sich zurück F glaube ich ne nein F ist aussteigt doch F ja ich wollte sagen hallo boah ich halte F gedrückt aber setzt mich nicht zurück Leute was soll ich tun ah doch ey wieso muss denn der Regen an sein ok nice ich bin ja jetzt mal gar nicht weit zurück geschlagen ok ich bin schon mal nicht letzter ich bin letzter ich bin letzter und ich werde letzter bleiben ah ich hab jetzt aber auch einen überholt ich werde für immer ich werde ich für immer werde ich letzter bleiben ich bin Fünfter bei den Wechsel schon mal ein ein Erfolg und bei meinem Wagen der überhaupt nicht getunt ist ey what the fuck ey leckt das bei dir aus so oder ne ne ich muss mal irgendwas in den Einstellungen ich hoffe gerade dass ich mich wieder dran arbeiten kann und ich bin ich kann zumindest ich hab jetzt den sechsten Platz direkt vor mir nicht gut aber ich bin auch nicht so weit vom vierten entfernt oh hier war gerade der Tod von mir oh ok diesmal ist eher runtergeflogen das heißt ich bin sechster ich hab so eine Vollumdrehung gemacht ah man ey kann ich den vierten nicht mehr einholen ah dann sehe ich Dichter Theoretisch ist meine Auto besser getünnt als seins deswegen sollte ich eigentlich an dich rankommen aber es kommt natürlich auch aufs Fahren an ah man voll den Fehler gemacht ja das ist meine ich ne ja oh nein ich bin vom Bau gefahren oh fuck das hat mich komplett ausgebremst ja ja ich bin aber auch richtig scheiße Runde 3 von 3 ich möchte den Flo noch kriegen nein 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 oh ich bin fast da runtergefallen ja das ist mir ja in der ersten Runde passiert da bist du jetzt gut durchgekommen ok kriegst mich noch locker komm dann macht sich auch das Fahrzeug aus ja ich bin hier jetzt aber gut durch Alter du auch ich bin auch gut durch die Kurve gekommen gedrift machst du da mit Handbremse ja ok damit habe ich ja gerade gar nicht gerechnet so eine Kurve kommt ja ich habe nicht auf die Karte geguckt nämlich Gott nicht schon dieser Baum yes dieser Baum ah erstmal drüber den Baum in Bönnen eigentlich fuck das ist so knapp ja der 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 teuerste wie gesagt wie gesagt ich spiel nicht mehr so oft habe ich auch verloren aber fahren aber fahren kann er trotzdem nicht 3 Millionen kostet der also 2,6 glaube ich echt mhm ja weil jetzt nicht so ein geiles Rennen ne aber ähm nein nur 380 bam ok ja wir sind bei 13 Minuten doch machen wir doch Ende ne ja machen wir Ende Leute ich hoffe es hat euch gefallen vielleicht war es ein bisschen chaotisch aber es ist halt die erste Folge kleiner Spoiler beim nächsten Mal wird kein Rennen ja und beim nächsten Mal wird es nicht so chaotisch weil dann haben wir einfach mehr Zeit ähm was sonst noch ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst ein Like da lass auf freien Modus bitte gehen ähm das ist mir bewusst lasst ein Like da wenn es euch gefallen hat abonniert um nichts zu verpassen wir sehen uns morgen wieder haut da rein und bis ciao